Boah, kalt ist hier oben in unserer Schneewelt. Wir sind gerade auf dem Berg und... Hoch oben gewesen? Ja, letzte Folge. Konnte man hochklettern mit dem Klimping-Axt-Ding da. Genau, ich will mal da in diesem Kuppel-Ding da hinten schauen, ob das natürlich ist oder... Schade. Ach, wieder. Ach so. Schade, schade. Stört man? Der hat so viel weg ausgeschaut, irgendwie. Aber irgendwie wär's doch cool, wenn hier noch irgendeine Höhle oder so wäre, irgendwie. Ach, hier komm ich drauf, dann komm ich hier hin. Ich vermiss hier was. So. In den Runden. Du bist alles jetzt nach unten gegangen, okay. Du kannst nach oben gucken, wenn du willst. Boah, das wär jetzt episch gewesen. So. Äh, hoppala. Da kannst du von Absatz zu Absatz erspringen eigentlich. Ja, ist gut gegangen. So, ich geh mal Richtung Kuppel. Ah, ich hätt da hier gerne eine Höhle oder so. Oder so ein Spalt, wo man dann reingehen könnte oder so. Aber hier bei den schwarzen kommt man nicht hoch. Das ist ein bisschen schade. Ja, so ein Spalt, das wär schon geil, ne. So voll der versteckte Spalt, wo vielleicht kein Spieler vorher war. Aber ich glaub, es gibt echt Leute, die das ganze Spiel schon so durchforstet haben. Kann ich mir echt vorstellen. Ha, durchforstet. Dieses Wortspiel. Das war nicht... Oh, shit. Alter. Krass. Oh, alter. Da geht's das tief runter. Ja, das kommt mir auch gar nicht so tief vor. Ich hab halt für mein Leben verloren. Oh, nicht schlecht. Holy shit. Sieht aber aus, als hättest du da runter gehen können. Ich muss mal ein bisschen Medic nehmen. Ja, wollen wir doch mal andersrum jetzt gehen, oder? Nicht weiter hier runter. Ach, da unten ist der Strand schon, oder wie? Jaja, klar, das ist Schnee wohl zu Ende. Ah, meinst du, da unten liegt noch was? Das will ich noch nicht... Ne, ach, ganz runter, bis zum letzten Eck. Jetzt fritt man nicht mehr. Vielleicht ist da unten was. Das kann ich mir vorstellen. Könnte natürlich sein, ja. So, im letzten Eck der Map. Boah, hier wär'n perfekter Eingang für ne Höhle. Eigentlich. Oh, wieso ist da keiner? Warte, ich seh grad nichts. Ne. Oh, Mann. Oh. Was ist das hier? Boah, die hier so... Boah, das wär perfekt. Also hier direkt so'n Spalt hier so... Höhle, kann ich ja glittern. Ah. Cool. Ich weiß jetzt grad nicht, wohin. Äh. Geht's echt noch hoch? Hm, okay. Ja, aber da war doch eine unsichtbare Wand. Ich hab immer ein bisschen Angst, dass plötzlich die Wand kommt. Und dann fliegen wir runter. Vor allem, wir beide machen das grad, ne? Und... Ja, ich flieg als erstes runter. Ja, stimmt, theoretisch. Kann ich dich mal... Hey, cool. Oh, hier wär'n geiler Eingang. Jetzt komm schon, hier. Bitte, irgendein Eingang. Siehst du, ich glaub' gar nicht, dass die das immer gewollt haben. Mit, äh, das Klettern, dass du überall klettern kannst. Weil du ja mal gesagt hast, du klettern wir. Da bestimmt, komm, hier auch. Oder? Klettern. Jawoll. Nein. Nice. Ich glaub', die wollten das gar nicht. Das ist gar nicht mal immer gewollt. Weil das sind manchmal so wirklich unlogische Parts. Sie haben einfach hier so... Ach, ich komm auch nicht weiter hoch. Das hat, glaub' ich, keinen Sinn. Genauso, ich glaub', das gibt's einen anderen Weg, auch in das Sinkhole. Ich glaub' nicht, dass der gewollt war. Ich glaub' auch nicht. Genauso wenig, dass man... Das war doch ein bisschen zu einfach, sag' ich mal. Na, alter, einfach. Wir haben schon... Du musst erst mal drauf kommen. Ich weiß nicht, wieso ich drauf gekommen bin, dass wir da vielleicht mit der... Es war einfach ein bisschen logisch für mich, aber... Dass das geht, hätt' ich auch nicht erwartet. Ich meine, du hättest jetzt auch nicht ausprobiert mit der Axt hierher, oder? Mit der Klimping-Ex. Ach, das ist von der Kuppel. Ach, das ist von der Kuppel. Ja. Ich hab' eh gelöst, mal komm' da, guck mal. Hey, ach, hier war jetzt... Also, wenn wir jetzt hierher kommen, dann ist die unsichtbare Wand für den Arsch. Weil hier ist gerade der Aufgang, den ich gemeint hab', den sieht man jetzt noch besser. Wollen wir jetzt versuchen? Ja, ja, klar. Pass auf. Da kommt hundertprogleich die unsichtbare Wand. Noch geht's. Ja. Nice. Oh, warte, hier? Hier geht's noch? Ah, shit. Nein, ich glitsch aus dem App raus. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich war aus... Ich war fast aus dem App raus. Dann wurde ich irgendwie hochkatapultiert und unterm Fliegen bin ich dann... Boah, Alter, war das jetzt knapp. Shit. Wir riskieren ja schon einiges. Ja, schon. Von der Karte verschlungen zu werden. Und da kann man auf die Spitze. Oder ist jetzt hier auch ein Map Ende. Es geht noch. Es geht noch. Ich komm noch hoch. Es geht noch. Es geht noch. Juhu. Ich komm hoch. Ach, oh, ich hab' ich ne Konflug gegessen. Und? Alter, das sieht zu leer aus hier. Ich kann hinter die Map gucken. Juhu. Wo bist du? Ach da. Hier bin ich. Ich geh an der... Ich geh richtig... Ich merk das richtig, wie ich an unsichtbaren Wand entlang laufe. Ja. Rechts geht's gar nicht. Warte. Hier ist vorbei. Das sieht voll alienhaft aus. Holy shit. Das sieht voll spiegelhaft aus. Siehst du das auch so? Ja. Lol. Naja. Ey, man könnte hier runterklettern. Naja, machen wir's lieber nicht. Ne. Ach, das ist der Strand, da wo wir hochgehen. Hä? Obwohl, wir könnten vielleicht doch... Ich schubst mich nicht runter, Alter. Ist das jetzt der Strand? Ne. Ne, ne, der Strand ist da unten. Wir sind ein bisschen höher. Wir sind doch ein Stückchen weiter vorgekommen, ne? Ah. Gut, da sieht man richtig dort, wo unser Haus ist, ne? Da hinten. Da hinten ist, glaub ich, die eine Ausbuchtung, wo es... Wo der Baum drin ist. Ja. Oder da der Baum drauf ist, drin ist, sag ich schon. Doch, doch. Das ist schon nice. Hammer. Ich würd' aber gern noch offener haben. Open World. Also wirklich, dass du überall hinkommst. Ja. Aber das ist geil mit dem Klettern. Hätt' ich nicht gedacht. Ja, das Klettern ist echt ein cooles Feature. Kommen wir hier wieder. Ja, okay. Nein! Au! Alter, ich will Leben verlotten. Genau, wir sind ja da gleich wieder hoch. Dann können wir da wieder runter, oder? Normal schon. Ah, ich hab so Angst, dass wir runterfallen, beide oder so. Wieso steht bei mir? Learn the basic survival. Press B to... Warum? Die ersten Schritte. Ja, wahrscheinlich, weil du jetzt ganz neu in der Winterwelt bist. Dass du dir vielleicht verticken willst, dass du... Wieso kann ich hier jetzt nicht... Ah. Angst, das sieht zu tief aus. Alter, das ist jetzt echt zu tief. Und... Diese Vorsprünge, Mann. Nein! Oh, oh Gott. Alter, meine hat losgelassen. Aber ich konnte irgendwie eh drücken. Ja, meine hat auch grad losgelassen. Nein, hier sind Felsen. Ich geh hier tief. Das will ich jetzt wissen, warte kurz. Äh, nee. Schlechte Idee. Das will ich jetzt wissen. Ja. Hm. Oh, und am Runderfliegen nochmal eh gedrückt. Ja, das habe ich ihm vorhin, glaube ich, auch gemacht. Ja, komm, lass es zu uns. Da könnten wir auch noch drauf gucken. Ich will grad alles absuchen. Ich habe so noch die Hoffnung, dass wir irgendwas Geheimes finden, was noch kein anderer gefunden hat. Wäre schon was, ja. Alter, die Steine glitzern voll. Oh, Edelstein. Ich mag es abhauen. Oh, hier geht da jetzt die Funde. Ähm, sollen wir versuchen... Weil da ist der Strand, da ist noch so ein Vorsprung. Sollen wir auf den noch drauf versuchen? Kann man hier denn noch klettern? Könnte man, ja. Ja, man könnte noch klettern. Bleib du mal da. Achso, das ist aber auch kacke, ne? Kann dich nicht wieder überleben, wenn es zu Fall wäre. Oh Gott, das ist so... Du kletterst du denn nicht? Ich weiß nicht, ich kann hier ganz normal gehen. Ah, du gehst da einfach. Ja. Ich hatte ein bisschen Schiss dort zu gehen. Oh Mann, wieso ist hier nichts Geheimes? Das wäre ja nicht schlecht. Das wäre jetzt richtig cool. Ich glaube, wir gehen gerade echt in Ecken der Map, wo eigentlich keiner sein sollte. Da gehst du das echt runter jetzt. Ja. Oh Mann, okay. Ich höre so schreien. Du hast das Eingeborene. Ja. Also ich höre so nur schreien. Das sieht irgendwie... Ich weiß nicht. Das sieht so aus, als wäre das so die Grundmaterial... Oh, hier ist die Wand. Okay. Aber der Boden sieht aus wie so das Grundmaterial für die Map, weißt du? Da kann man sowas klettern, theoretisch. Ich glaube, das ist jetzt so... Normalerweise gehören hier jetzt Wiese drauf oder Schnee oder irgendwas. Ich glaube, das ist der Basik-Zeug da für die Kundenentwickler. Ich glaube, da haben sie einfach nichts draufgeklatscht. Ich glaube, wir sind echt am Rande der Map... Also wirklich, dort, wo eigentlich keiner sein sollte. Naja. Ich weiß ja nicht. Naja. Jetzt in die andere Richtung, oder? Wollen wir von hier ins Meer springen? Was ist ins Meer? Meer. Lieber nicht. Aber ich kann hier irgendwie nicht klettern. Ich habe gerade volles Problem. Ja, hier kann man auch nicht klettern, du musst... Doch, hier. Passt. Komm. Und jetzt runter... Also hier, der könnte man da jetzt runtergehen und ins Wasser springen. Nee, ich riske es nicht. Sonst ist da doch die unsichtbare Wand, du sprichst gegen die unsichtbare Wand. Dann landest du auf dem Boden. Was machst du denn da? Kletterst du da runter jetzt? Ja, ja, klar. Ja, da oben ist ja nichts mehr, oder? Oder wolltest du da irgendwo hin? Warum war der Ehe? Was ist denn mit dem Glättern? Oh, bohle. Nicht? Wo ist... Oh, jetzt ist da ein scheiß Eingeborener. Das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Ja, es ist ein Eingeborener. Hier am Arsch der Welt. Wo ist denn der jetzt? Nicht am Ende der Map. Das ist doch ein Wichs. Ich habe gerade Durst, Hunger, Energie ist irgendwie auch gerade zu. Jetzt komm her, du Fitsch. Flachland hier. Brauch ich nicht. LOL. Die hat eben gerade ihre Haare verloren. Das macht nichts. Klar, das kopf ich. So. Warte, ich muss mal schnell was... Trink... Ach. Ja, weißt du was? I-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Bier? Nein, kein Lissard. Nein, ich tue Hirsch draufhauen, weil hier schon eh so viel. Ja, geh ins Meerwasser, dass es dich schön unterkühlt. Ja, ich war voller Blut. Ich muss jetzt abwassen. Schön da ans Feuer, damit ich wieder schön warm werde hier. Der Knie ist im Feuer, naja, okay. Das ist egal. Hier brennt nicht so gut. Oh, irgendwas ist fertig. Ah, ich glaube jetzt ist mein Feuer. Au, au. Sei nicht so glücklich. Ja, ich hör schon wieder laufen. Komm, zünder dich. Mach du mal, ich esse. Hallo, ich esse. Ich hab hier zwei Sachen reingehauen. Oh, drei. Oh Gott. Vier. Fünf. Oh, das sind alles die Starken. Fünf. Oh, Alter, meine komplette Unstanzweck. Wo? Alle, was ist denn hier jetzt? Komm, die plötzlich hier. Ach, der eine ist im Wasser. Sehr schön. Kämpfe kann man... Alter, einschlagen muss. Ach, man ist fast tot, ey. Kommst du jetzt her? Hallo, ich treffe die nicht mehr. Warum? Ach, Zähne tut man automatisch... Ein... Sammeln. Ja, genau. Ich schlafe dich. Silber. So. Cool. Knochen. Hast du jetzt eigentlich mit Fleisch gegessen? Du blöder Sack. Toll, ich hab mir kein Fleisch reingelegt. Ach, gut, Zack, was ist denn jetzt los? Hier am Ende der Map. Das ist doch jetzt nicht euer Scheißernst. Wir sind mal am Ende der Map hier. Aber jetzt hat man seine Ruhe. Das ist doch nicht normal. Mann. Komm, komm. Wie sieht der Zeit aus? 13 Minuten. Kaum mal auf mein Feuer und dann... Äh, wieso ist das Essen? Ich glaub, du kannst Essen. Ja, ich seh mein Essen. Ja, das ist Essen. Das ist schon den ganzen. Jam, 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 jam. Ih, ja, mein... Hat's irgendwann Nachgeschmack? Ja, so ein bisschen nach... Äh, Fotze. Ich drücke E, ich bin so voll. Ich bin da glänzend an Ausstüren. So. Alles gut für dich? Ja. Ich brauch noch drei. Drei Knochen. Hast du noch drei... Ach, da liegt noch einer. Ich brauch noch zwei Knochen. Hast du noch zwei Knochen? Ja, ich hab genau zwei Knochen. Sehr schön. Kannst du mir die bitte überreichen? Mit so einem schönen... Äh, ich suche das... Ah, das ist... Hey, das nennt man noch ne Leiche. Das sieht so kacke aus. Was ist denn mit dir? Hallo? Willst du dir den Scheiß anschauen? Danke. Ich hätte mir noch etwas erleichtert. Ich auch, glatt. Sollen wir die Knochen noch mitnehmen oder lassen wir die einfach liegen? Komm, haut die da rein. Vögelchen, Vögelchen. Oh nein, das Lagerfeuer ist weg. Ach, das Lagerfeuer ist weg. Aber er brennt noch. Wieso ist das Lagerfeuer weg? Okay, na, na. Hey, das ist schon gut. Ja, ich brauch unbedingt ein paar. Hey, das ist nur ne Vogel. Shit, wieder falsch. Hey, legt ja noch ne Leiche. So. Ich glaub, die brennt nicht mehr, ja. Hm, schade. Na gut, dann lassen wir die zwei halt einfach da rum locken. Gut, da komm. Scheiß drauf. Wir gehen weiter, 5 Minuten haben wir noch. Immer die falsche Angemerze. Ach, du gehst ja nach oben. Mocker. Vogel. Stürb. Oh, jawoll. Sehr schön. Vogel. Stürb. Oder auch nicht. Licht aus. Ein bisschen durchschaubig. Na gut, was machen wir denn? Wollen wir jetzt wieder zurückgehen? Ach, hier sind die Dinger. Ach so, jetzt verstehe ich. Was? Das sind die komischen Häuser-Dinger. Ich würde in die andere Richtung gehen. Ach, da. Ja, ich muss wundern. Die Hand schon mal so weit. Liegt mich immer. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Komm, gehen wir einfach auf die andere Seite. Weil da können wir sagen, wir haben einmal die Map umrandet. Wenn wir jetzt hier entlang den Leuten gehen, hier so. Gehen wir da oben, oder? Mach, 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 mach. Vielleicht finden wir ihn doch doch noch durch Zufall. Aber ich glaube nicht, dass es eine Höhle in diesem Berg gibt. Leider. Leider, leider. Naja. Das sind Pilze, aber die sind giftig. Die Roten sind immer giftig. Damit du das auch schon mal... Das ist ein bisschen immer orange. Ja, oder orange, rot. Das ist doch... Also dieser Hammer, der kotzt mich schon an, ne? Ich glaube, wir müssen da nochmal rein. Ja. Das hilft nix. Das nervt mich schon zu Tode. Hoffen wir nur, dass wir es dann auch abreißen können, weil ich habe den Plan leider nicht gesehen. Einfach in Richtung Hammer. Hauen und dann geht er schon. Und einfach C. Achso, nicht hauen, ne? Man muss C drücken, ne? Aber wir haben noch nix reingehauen, ne? Shit. Naja. Aber es ginge eigentlich nicht. Gut, ich habe jetzt keine Rehrüstung mehr, also ich friere jetzt auch schon schneller. Ja, ich bin ein bisschen noch. Doch, ein bisschen habe ich noch. Habe ich noch Reh? Ne, ich habe keinen Reh. Hier ist... Ich dachte, hier ist ein See. Das sah gar aus wie ein See. Ach, Hasenfeld kann man gar nicht ausrüsten. Okay. Naja, das ist aber nicht zu klein dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch so einen perfekten Eingriffungspalt. So, ganz leicht so. Naja. Ja, es sieht immer so aus als... Ah, da wäre es ein Spalten. Leute, nichts. So, ich habe ein bisschen Durst langsam. Langsamer besicht habe ich ein bisschen Durst. Ich habe das geheben. Muss irgendwas sein. Das kann es noch nicht sein, oder? Dass hier nichts ist. Also, bis jetzt bin ich leicht enttäuscht von der Schneewelt, weil bis jetzt haben wir halt nur den einen Part von der Waffe gefunden. Das war so geil. Also, das hat mich gefreut. Und was wird das eigentlich? Schrotflinde? Naja, Schrotflinde wird es glaube ich nicht. Ja, so eine zweiläufige Ding halt. So eine zweiläufige... Weiß wie die Piraten mal... Sieht man gar nicht, dass es zweiläufig ist. Ja, glaube ich aber. Nee, das ist nicht zweiläufig. Das ist halt so so eine... Ja, so... So ein Schlosspistole, irgendetwas. Ja, genau. So ein... Wie aus Assassin's Creed, ähm... Ähm... Black Flag. Könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Irgendwas so eine alte Pistole da. Irgendwas mit Schwarzpulver und so. Hier am Rand entlang. Ja, es hat funktioniert. Ja gut. Ach, jetzt sind wir wieder oben auf den Berg. Und müssen wir halt auf den Berg. Boah, stell dir mal vor, hier bauen, Alter. Dann würde ich ausrasten. Äh... Die ganzen Baumstimme hochtragen, jawohl. Das da oben sieht aus wie ein Weg. Uah... Er kann hier noch hoch. Ohne Probleme. Und jetzt hakt es... Ach so, hier ist die Wand. Ja, na gut, dann gehen wir da wieder runter. Schade. Oh, Alter, schon wieder Leben. Wieso will ich immer leben? Auch wirklich immer. Weil du unfähig bist, irgendwie. Egal wie weit ich falle. Ich falle, ich stoße mir einen großen Zeh an und ich will leben, Mann. Spring! Ja, jetzt spring! Hey, da. Ist da unten einer erfreut oder schläft einer oder kniet da einer? Da unten ist das Zelt. Und ich glaube, eine erfreune Leiche. Hey, wir haben was gefunden. Runter da. Oh mein Gott, ich komm wieder runter. Ich will da klettern. Ah, warte, vielleicht geht's genau. Warte. Geht's, geht's, geht's? Ja. Ja. Runterklettern, nicht hoch. Nein! Oh. Ich hatte jetzt so ein Muzzle. Er hat aufgehört. Und ich konnte noch eh drücken. Eh, eh, eh. Oh, war das knapp. Ey, das ist ja mal mega nice hier. Die hat eine Dose. Hello! Hey, was ist das? Soda Collected und Snack. Die hat jetzt auch eine Klim... Jetzt würde mich interessieren, ob wir auch hier die Klimping-Ex bekommen hätten. Wenn wir die nicht hätten. Ja, keine Ahnung. Immer nochmal speichern. Speichern wir, ja. Cool, okay, wir haben jetzt einen Snack und so da gedacht. Und ja, da können wir direkt hier eigentlich einen Cut machen mit unseren erfreunden, schönen Menschen. Das wird mein Thumbnail hier, so. Magst du dich da zustellen? So, hallo, so. Peace! Es wäre ja noch cool, wenn wir das Gesten machen könnten wie Nancy. Stell ich mal hierher. So, das wird mein Thumbnail. Okay. Danke fürs Zuschauen und ähm, oder wolltest du noch was sagen? Nein. Das war's, glaube ich. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.